Die erste Sprung 8,85, dieser wird gleich besser sein. 9,725 Punkte für Tatjana Lysenko, auch die reichten noch, um sich vor Lavinia Milosevic zu setzen, ganz knapp. Und nun hat sie tatsächlich die Chance, Svetlana Boginskaya, die Chance, diesen Mehrkampf beim internationalen GTP-Pokal 1992 zu gewinnen. 9,75 Punkte braucht sie. Vielleicht ihr letzter Wettkampf, vielleicht sehen wir sie noch einmal im nächsten Jahr bei den Weltmeisterschaften in Birmingham. Wo bleibt die Musik? Ich glaube, Svetlana Boginskaya auch noch einmal mit einem herzlichen Applaus, bitte. Applaus ist sicher gut, Musik wäre besser. Applaus ist sicher. Applaus ist sicher. Applaus ist sicher. Ich freue mich, Herr Volker, dass die Musik von den Gypsy Kings, einer französisch-spanischen Gruppe, gewählt hat, nachdem es in Barcelona ja nicht so gut lief für sie. Applaus ist sicher gut, dass die Musik von den Gypsy Kings, einer französisch-spanischen Gruppe, gewählt hat, nachdem es in Europa ja nicht so gut lief für sie. Applaus ist sicher gut, dass die Musik von den Gypsy Kings, einer französisch-spanischen Gruppe, gewählt hat, nachdem es in Europa ja nicht so gut lief für sie. Applaus ist sicher gut, dass die Musik von den Gypsy Kings, einer französisch-spanischen Gruppe, gewählt hat, nachdem es in Europa ja nicht so gut lief für sie. Applaus ist sicher gut, dass die Musik von den Gypsy Kings, einer französisch-spanischen Gruppe, gewählt hat, nachdem es in Europa ja nicht so gut lief für sie.